Ralf Barkenecker, 57 Jahre, Betriebsratsvorsitzender der Opel Group Warehouse in GmbH, Stellvertreter im Konzern, 33 Jahre im Betrieb. Ich halte die Ausbildung für sehr wichtig, weil Ausbildung ist unsere Zukunft und auch kurz der Hinweis, dass wir eine ältere Belegschaft haben und dass sie ungemein wichtig ist, dass wir ausbilden und da sind wir auch sehr froh drüber. Danke.